Ich hab doch gesagt, die Vordertür ist verschlossen. Also musst du zu den blauen Türen hinter den... Oh mein Gott! Na, was sagst du zu meinem Equipment? Ich wollte von dir doch bloß eine Videokamera leihen. Was ist das alles? Okay, das ist ein 3-Chip-Camcorder mit einem Hypernieren-Kondensator-Mikrofon. Montiert auf ein Kohlenstoff-Faserstativ mit einem 3-Weg-Panorama-Kopf. Und hier ist für dich Saft und ein Bagel. Hey, du hast dir den Vollhandy dazu geholt. Sam. Oh Mann! Ich wusste nicht, dass das auch kommen würde. Sie. Ich bin eine Sie, Freddy, ein Mädchen. Wehe, du legst auch nur einen Finger an mein Equipment. Dann darf ich nicht mit dem Weißabgleich spielen an deinem Super-Duper-Camcorder? Ja, natürlich. Alle machen Witze über den Weißabgleich, bis sich ihre Haut in fieses Magenta verwandelt. Carly wird dich niemals lieben. Das war's. Ich schnapp mir meine Sachen und geh nach Hause. Bitte geh nicht. Okay. Okay, Jeb. Bist du bereit vorzusprechen? Ja, ich werde eine Szene aus einem französischen Stück vorspielen. Es heißt La Ouh, Emma Femme. Okay. Kein Schimmer, was das bedeutet, aber hau rein. Kamera läuft? Läuft. Aber, aber, wohin ist sie gegangen? Ich weiß es nicht. Aber wann kommt sie wieder? Ich weiß es nicht. Aber wo kann ich sie finden? Ich sage doch, ich weiß es nicht. Gut gemeint. Ja. Was sagst du? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Ich sage doch, ich weiß es nicht. Aber nein, du musst es wissen. Ich weiß es wissen, wenn ich es nicht weiß. Ich weiß es nicht. Ich spiele ein Stück auf der Trompete. Klasse. Toll. Dabei hüpfe ich auf diesen Pogo-Stick. Na, das ist doch mal was. Super, es ist alles schön. Ja, das war fantastisch. Hüpfen und Sampeten, wow. Und dann sagt der Doktor, oh, sie hätten sie schon früher herbringen sollen. Also sag ich, ich mochte die Eier. Klasse, der war fantastisch. Das war nicht witzig. Nein, nein, ganz und gar nicht. Aber vergiss das. Sollen wir nicht lieber über die Frisur und die Brille von dem Kerl reden? Der sieht doch aus wie Miss Briggs. Ja, aber er hat nicht Miss Briggs' verrückte, irwitzige, spitze Brüste. Ja, allerdings. Was hat sie nur für Brüste? Vielleicht stopft sie ja Waffeltüten in ihren BH. Allerdings, die wird uns irgendwann mal ein Auge mit den Dingen ausstechen. Okay, okay, machen wir lieber weiter. Da warten noch elf andere Kandidaten. Oh, elf. Schön cool bleiben, ja? Schlimmer kann's nicht werden. Da lag ich wohl falsch. Da lag ich wohl falsch. Da lag ich wohl falsch.